Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video geht es darum, wie du ins BIOS kommst. Deshalb ist es eigentlich ein ganz, ganz, ganz kurzes Video und du brauchst eigentlich nur diese Taste hier zu drücken. Ich zeige dir so ein Bild, das ist die Dell-Taste oder auch die Entfernen-Taste auf deutschen Tastaturen und damit kommst du ins BIOS. Bei manchen Computern, Laptops oder Notebooks, bei diesen ganz kleinen Dingern, ich komme jetzt gerade nicht drauf, sind es manchmal auch andere Tasten wie F2 oder F12, das könnt ihr eurer Bedienungsanleitung dann entnehmen oder manchmal wird es auch beim PC starten angezeigt, was du drücken musst. Und ja, das war es eigentlich schon, damit kommst du ins BIOS, in deine Einstellungen, was du dort vornehmen kannst. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber hier ging es erstmal nur rein um die Funktion, wie du da reinkommst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, es war wirklich kurz und knapp und ich konnte dir damit helfen und ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Denk immer dran, jede Woche gibt es hier sonntags auf meinem Kanal neue Videos. Jeden Sonntag, 8 Uhr, erwarte ich dich hier. Drück den Abonnierknopf und den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und dann sind wir uns garantiert hier nächsten Sonntag wieder. Falls du eine Frage hast, schreib sie in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Bis dahin, dein Daniel. Mach's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020